Leute, der Abverkauf in Bitcoin, der geht weiter. Gestern Abend fällt BTC auf knapp 56.000 US-Dollar. Von dieser Preismarke kriegen wir zwar eine kleine Gegenbewegung rein, stehen damit aber ganz, ganz kurz vor unserem nächsten Long-Kaufbereich hier in Bitcoin. Auf welche Preislevel werde ich mich hier spezifisch fokussieren? Darüber werden wir natürlich detailliert in der heutigen Analyse sprechen, als auch die nächsten wichtigen Preislevel, die du jetzt definitiv auf dem Schirm haben musst. Dazu werden wir heute wieder auf wichtige On-Chain-Indikatoren zu sprechen kommen, die signalisieren, wir stehen an einem Punkt, wo wir zuletzt im Oktober 2023 standen. Aktuell die Kleinanleger, die Kurzzeithalter, die Langzeithalter hier mit Bitcoin füttern und wir werfen auch einen Blick auf den USDT, USDC und gesamten Stablecoin Supply hier auf dem Kryptomarkt, der etwas sehr, sehr Bullisches signalisiert. All das in der heutigen Analyse, von daher unbedingt bis zum Ende dranbleiben, falls dir das heute Video gefällt, würde ich mich natürlich sehr über eine positive Wertung freuen. Falls du neu bist auf der Crypto Wall Street, gerne rein abonnieren und tagtäglich von diesen Analysen profitieren. Wir verschwenden keine Zeit, legen direkt los, let's go! Und damit wieder einmal herzlich willkommen hier auf der Crypto Wall Street, dein Kanal für täglich brandaktuelle Analysen rund um Bitcoin, Ethereum und Co. Und Freunde, wir sehen weitere Rücksetzer hier auf dem Kryptomarkt. Mit dem weiteren Abverkauf in Bitcoin auf die 56.000 USD Marke müssen natürlich auch die Altcoins erst einmal wieder etwas einbüßen. Über die Altcoins werden wir im nächsten Livestream drüber sprechen. Ich habe mir sämtliche Einsteuerungen aufgeschrieben. Vielen, vielen Dank erst einmal dafür. Wann dieser erfolgt, werde ich noch bekannt geben. Doch vorerst lasst uns jetzt voll und ganz auf das Chartbild von Bitcoin fokussieren. Denn hier wurden wir gestern Nachmittag weiter abverkauft. Bereits am Mittwoch zur US-Handelszeit haben wir einen Abverkauf reinbekommen, der fortgesetzt wurde während der Asia-Session. Im Anschluss kam es dann während der European-Session morgens, gestern Morgen Mittag und frühen Nachmittag zu einer leichten Gegenbewegung. Die endete in den Regionen von knapp fast 60.000 USD. Doch gestern Nachmittag pünktlich zur US-Session ging es dann weiter gehen Süden. Um 22 Uhr haben wir dann erst einmal ein lokales Tief bei 56.078 USD reinbekommen, was uns ganz, ganz knapp von dem nächsten Long-Trigger, der nächsten Long-Position hier in Bitcoin trennte. Nämlich 200 US-Dollar. Über diesen Trend-Wende-Bereich haben wir über die letzten Tage gesprochen. Ich fokussiere mich voll und ganz auf diesen grünen Wende-Bereich, Kaufbereich der Bullen, wie es hier geschrieben steht. Ich möchte den Markt aktuell nicht shorten. Das hier wäre soweit erst einmal der erste Long-Trigger gewesen. Ihr seht, was passiert ist. Um 200 Dollar verpasst, dann kam erst einmal eine kleine Gegenbewegung rein. Dennoch stehen wir in greifbarer Nähe dieses Trend-Wende-Bereiches. Und auch hier gilt weiterhin, Freunde, Ich fokussiere mich jetzt hier auf eine Long-Position, auf eine Kaufposition innerhalb dieses Bereiches. Ich reagiere jetzt hier nicht mit FOMO, weil der Markt jetzt erst einmal kurzfristig eine leichte Gegenbewegung eingeleitet hat. Das reicht mir definitiv nicht aus, denn wir haben definitiv auch weiterhin die Möglichkeit, hier weiter abverkauft zu werden. Welche Level sind denn jetzt aus meiner Sicht die interessantesten innerhalb dieses Trend-Wende-Bereiches? 55.868 US-Dollar ist das erste Level. Schauen wir uns das mal an, ob das noch interessant genug ist, auch hier aus Liquiditätssicht. Denn wenn wir einmal reinzoomen in die 7-Tages-Heatmap hier auf Highblock Capital, dann startet die Liquidität bei knapp 55.400 US-Dollar. Das nächstgrößere Liquidation-Cluster liegt bei knapp 55.100 US-Dollar und knapp unter 55.000 US-Dollar bei 54.800 US-Dollar. Wenn wir uns das einmal genauer anschauen und hier kurz einmal das Fibonacci-Retracement-Level hier anlegen und reinmalen, dann liegt das 55.9er bei knapp 55.061 US-Dollar. Denkt dran, die Liquidität-Zone startet bei knapp 55.400 US-Dollar, ist dann mit einem signifikanten Liquidation-Level-Cluster bei 55.1 und knapp unter 55.000 US-Dollar. Dementsprechend das erste, nächste interessante Level für mich für eine Long-Position hier in Bitcoin stellt das 55.9er dar. Wenn wir dann aber weitergehen und noch einmal genauer hier schauen, gibt es natürlich dann erst einmal ein kleines Loch an Liquidität, welches dann sich wieder aufbaut. 53.800, 53.600 und knapp 53.500 US-Dollar, was in diesen Regionen des 66.7-Nast liegt. Dementsprechend diese beiden Level sind für mich die interessantesten Regionen und ich werde aber wie folgt vorgehen. Ich werde hier mit Abzügen das hier als abgearbeitet sehen. Das 50er-Level für mich nicht mehr interessant. Natürlich hat der Markt die Möglichkeit auch hier reinzustechen und zieht dann gen Norden. Ist mir aber egal. Ich werde es versuchen ab dem 55.9er und trade dann das 61.8er und 76.7er ebenfalls hier mit knappen Stop-Loss-Werten kurz vor dem jeweiligen Level weiter durch. Mit dieser letzten Abverkaufsbewegung hier in Bitcoin haben wir nicht nur weitere Long-Positionen hier heraus liquidiert aus dem Markt. Nein, wir haben auch jede Menge neue Shorts hier wieder reinbekommen, die zu teilen mit dieser Gegenbewegung bereits hier aus dem Markt gefischt worden sind. Dennoch gilt weiterhin, Freunde, die Shorts sind hier at risk. Wir haben eine Long-to-Short-Ratio 30 zu 135. Das Cumulative Liquidation Levels Delta weist weiterhin auf. Die Shorts sind hier im Risiko. Natürlich, nach solchen Abverkäufen, Freunde, sind Gegenbewegungen immer ganz normal, um hier erst einmal ein paar verspätete Short-Teilnehmer aus dem Markt heraus zu liquidieren. Hier haben wir es gesehen. Mit dem nächsten Abverkauf haben wir es jetzt hier gesehen, eine leichte Gegenbewegung. Doch es kommen immer wieder neue Short-Teilnehmer auch hier in den Markt. Und es weist auch weiterhin darauf, dass die Shorts hier im Risiko sind. Knapp unter uns liegen natürlich interessante Long-Positionen aus der übergeordneten Chart-Sicht, nämlich in Form der Liquidation Heatmap. Nach oben hingesehen haben wir ein bisschen Liquidität. Rein willkommen jetzt hier bei knapp 60.000 US-Dollar, 60.400 US-Dollar und in den Kursregionen von 62.000 US-Dollar. Zum Aufnahmezeitpunkt dieses Videos ist 15.16 Uhr und wir stehen 14 Minuten vor der US-Handelszeit. Bitcoin legt gerade eine leichte Erholung hin, doch für weiteres bullisches Momentum müssen wir tatsächlich einiges schaffen, Freunde. Erst einmal haben wir, sage ich mal, diesen Impuls gesehen von 49.000 US-Dollar und sind jetzt in den untergeordneten Timeframes soweit erst einmal in einen kleinen Abwärtstrend gerutscht, signalisiert durch tiefere Hochs und tiefere Tiefs. Diesen Down-Trend, kurzfristigen Down-Trend, müssen wir natürlich erst einmal brechen, um hier von einem potenziellen Reversal sprechen zu können. Was ist dafür nötig? Dafür müssen wir uns erst einmal das signifikante Hoch auswählen, welches nach diesem Tief soweit erst einmal dieses Hoch darstellt, denn dieses Tief ist auf diesem Timeframe gesehen erst einmal ein höheres Tief gewesen. Dementsprechend war das das signifikante Tief, das hier das signifikante Hoch und hier damit jetzt mit diesem tieferen Tief das signifikante neue Tief. Aber um hier von einem Bruch dieses kurzfristigen Trends sprechen zu können, müssen wir tatsächlich erst einmal eine Bewegung sehen, die über 61.700 US-Dollar reicht, um von weiterem bullischem Momentum sprechen zu können. Dazwischen kommen natürlich noch jede Menge weitere Level, wie unter anderem jetzt kurz drüberstehen, ist aber noch nicht offiziell zurückerobert. Der 50er EMA bei 58.600 US-Dollar in der Stundenchart und dann der 200er EMA ebenfalls aktuell als Widerstand fungierend bei 59.328 US-Dollar. Springen wir einen Timeframe höher, gehen in die 4-Stunden-Chart, dann liegt hier der 50er EMA bei 59.300 US-Dollar und hier in diesen Regionen der 200er EMA bei 61.300 US-Dollar. Diese gesamten Level, Freunde, müssen wir soweit erst einmal nach oben hin brechen, um hier von einem potenziellen bullischen Reversal ausgehen zu können und von weiteren Kurssteigerungen hier erst einmal in Regionen des letzten lokalen Hochs, 63.000 US-Dollar und im Short-Term-Holder Realized Price ausgehen zu können. Bis dato ist das Chartbild hier soweit erst einmal kurzfristig bärisch behaftet und ich fokussiere mich weiterhin auf diese besagten Wendebereiche hier unten. Das soweit zum kurzfristigen Chartbild von Bitcoin. Springen wir kurz noch einmal in die Tageschart, dann sehen wir auch hier, wie gestern analysiert, uns Trend auch übergeordnet noch jede Menge Widerstand vor substanziell nachhaltig steigenden Kursen, nämlich auch hier das Hoch 62.600 US-Dollar, der 200er EMA, wo wir gestern ebenfalls erneut daran gescheitert sind, liegend aktuell bei 59,4, die Range-Unterkante bei knapp 60.100 US-Dollar und auch der 50er EMA bei 61.800 US-Dollar. All diese Level, Leute, müssen wir tatsächlich erst einmal zurückerobern, um von weiterhin steigenden Kursen ausgehen zu können. Was ich höchst spannend finde und unbedingt mit euch teilen wollte, ist folgendes. Zuletzt, als wir in den Kursregionen von 54.000 US-Dollar standen, hatten wir einen ganz, ganz klaren Reset des Supplies, des Angebots im Profit. Nämlich haben wir zuletzt diese Werte gesehen im Oktober 2023 mit dem Abverkauf auf 49.000 US-Dollar, mit dem kurzen Bounce auf 54.000 US-Dollar standen nur noch 71% des Bitcoin-Angebots im Profit. Diesen Wert hatten wir zuletzt im Oktober 2023, als Bitcoin bei 28.000 US-Dollar stand. Daraufhin folgte erst einmal ein weiterer Anstieg auf neue Allzeithochs. Dementsprechend haben wir ganz klar auch hier einen Reset eines On-Chain-Indikators reinbekommen, nämlich des Angebots im Profit. Was weiterhin positiv ist aus meiner Sicht, ist, dass die Paperhands, die schwachen Hände in Form der Kurzzeithalter, hier die Großen weiter mit Liquidität versorgen. Das heißt, die Großen kaufen massivst nach das Level, haben wir zuletzt gesehen im Mai 2023, hier signalisiert, welches darauf zurückzuführen ist, dass die Kurzzeithalter hier den Markt, die Langzeithalter mit diesem letzten Abverkauf, maximal gefüttert haben mit ihren Bitcoin-Beständen. Ebenfalls hatten wir vor ein paar Tagen erst berichtet, dass der USDT Circulating Supply, das Angebot im Umlauf von USD Tether, hier weiterhin am wachsen ist. So ist in den letzten Tagen der Supply weiter gewachsen, Freunde, jetzt von 12,65% seit dem letzten Allzeithoch, hier Mitte März, auf knapp 13,5% und nicht nur USDT ist am wachsen, nein, auch USDC, der Circulating Supply von USD Circle, hier von knapp ehemalig 12,4% vom letzten Allzeithoch, als wir darüber gesprochen haben, jetzt auf knapp über 13,2% und das ist nicht das Einzige. Ganz, ganz viele sagen ja immer, hey Mo, du guckst immer nur USDT und USDC, was ist denn mit den anderen Stablecoins? Naja, dann lasst uns das doch einfach mal anschauen. Wir nehmen hier von CoinMarketCap, den Fiat-Backed Stablecoin MarketCap Indikator, nehmen hier USDT und USDC raus, haben also sämtliche anderen Stablecoins und da schauen wir uns den letzten Monat an, naja, der ist von knapp 3,46 Milliarden US-Dollar MarketCap gestiegen auf über 4,17 Milliarden, dementsprechend sämtliche Stablecoins, Freunde, die sind aktuell am wachsen. Also Freunde, noch einmal zum Abschluss, kurz und prägnant zusammengefasst, kurzfristig sehr, sehr choppy Price Action, durchaus möglich, dass wir weiter tiefere Kurse sehen, ein Retest dieser Region drin ist, hier werde ich mich long positionieren an den besagten Leveln. Übergeordnet müssen wir natürlich erst einmal jede Menge Widerstände brechen, um substanziell nachhaltig steigende Kurse sehen zu können, doch im Hintergrund, hinter den Kulissen, passiert genau das, was dafür nötig ist. Erstens Reset, Supply and Profit, zweitens der Kleinanleger verschwindet hier vom Markt und füttert den Großen und drittens, wir sehen hier ein weiteres Wachstum des Angebots, der Marktkapitalisierung der Stablecoins, die aktuell noch an der Seitenlinie stehen und nur darauf warten, in den Markt injiziert zu werden. Und das wäre es erst einmal für die heutige Analyse. Ich hoffe, ich konnte Klarheit reinbringen, ich hoffe, dir hat das heutige Video gefallen, ich konnte Mehrwert liefern, falls dem so ist, gerne eine positive Wertung da lassen, auch gerne die extra Meile gehen, einen Kommentar für den Algorithmus einsteuern und falls du mehr von diesem Content und den Analysen sehen möchtest, gerne rein abonnieren und Teil dieser geilen Community werden. Euch wünsche ich jetzt ein erfolgreiches Wochenende, Freunde. Wir hören uns, wir sehen uns, bis dahin. Ciao, ciao.